Moin Leute, kommt, das hat eine neue Entwicklernotiz rausgebracht zum Update 839, was jetzt bald bevorstehen soll. Und wir werden größere Änderungen für die Belagerungskämpfe bekommen, die ziemlich einschneidend sind und auch ziemlich gut. Also Belagerungskampfspieler kommen in letzter Zeit total auf ihre Kosten und ich würde sagen, wir gucken uns einmal an, was drin steckt. Wir sehen hier schon in der kleinen Vorschau, es wird neue Funktionen der Kampfforschung geben, wo ihr übrigens dann verschiedene Testmöglichkeiten habt. Gucken wir uns gleich nochmal an. Belagerungskampf erhält eine Änderung auf dem Schlachtfeld, also das Schlachtfeld, so wie ihr es bisher kennt, wird sich verändern und die Monsterunterwerfung wird eine kleine Kampfzeitveränderung bekommen. Und das alles zusammen schauen wir uns jetzt einmal an, würde ich sagen. Wir gehen immer direkt in die Screenshots rein, weil den ganzen Text oben drüber ist nochmal so ein bisschen erklärt, wie das alles aussieht. Und Gildenkampfforschung ist das Erste, auf was ihr euch so ein bisschen, sag ich mal, fokussieren solltet. Gildenkampfforschung aufrufbar über den Gildenturm und dann hier unten steht, dann hier steht Battle Research, wird da wahrscheinlich Gildenkampfforschung heißen oder sowas. Da könnt ihr raufklicken und was könnt ihr damit jetzt machen? Ihr könnt hier verschiedene Belagerungskampf-Defenses als Decks sozusagen registrieren und diese dann testen. Und das ist richtig gut. Also wirklich für Belagerungskämpfer endlich mal ein richtig cooles Update, um hier noch mehr Transparenz reinzubekommen, wie man gegen was in welcher Form spielen kann und welche Offenses gegen welche Defenses gut sind. Und seine Erfahrungen könnt ihr dann, also eure Erfahrungen könnt ihr dann auch mit eurer Gilde sozusagen teilen. Das ist sehr, sehr cool. Also das heißt, Kampfforschung, hier ist schon mal so ein bisschen der Überblick, wie das dann aussehen kann. Ihr könnt ja also einen so ein Deck registrieren, könnt dem auch Runen geben, eure eigenen Runen. Ihr könnt auch Monster wählen, die ihr gar nicht habt. Dass ihr quasi bestimmte Sachen, die ihr vielleicht im letzten Belagerungskampf gesehen habt, wo ihr gedacht habt, ach du Scheiße, das war so eklig. Lasst uns das mal testen. Ihr könnt hier aufstellen und dann die beruhnen mit euren Runen und gucken, okay, ich gehe davon aus, die Runen könnten so oder so ausgesehen haben. Und dann versucht ihr euch in diesen Testszenarien und guckt, wie man das besiegen kann. Ich finde das richtig, richtig gut für Belagerungskämpfe. Endlich ein sehr gutes Update, um mehr Transparenz in den Belagerungskampf zu bringen und vielleicht auch dadurch mehr Wettbewerb. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Vor allem auch, um vielleicht auch für viele Casual-Spieler noch mehr den Weg zu ebnen, noch mehr sich dann eher mit dem Belagerungskampf auseinanderzusetzen, weil man eben mehr testen kann, als immer dieses Negativgefühl zu haben im Belagerungskampf dann. Ach, ich weiß eh nicht, mit was ich angreifen kann und dann hast du mal verloren und bist direkt gefrustet. Also da ist das schon mal nicht schlecht. Soviel erstmal dazu, was das angeht. Auf dem Bildschirm können hier dann auch Verteidigungstext mit Details und Strategie und Kommentaren hinzugefügt werden. Zur Verbesserung beispielsweise. Also ihr könnt die selber auch noch kommentieren oder halt selber eine Strategie reinschreiben von wegen, yo, ihr müsst hier beispielsweise das und das fokussieren oder was weiß ich. Ihr könnt die hier selber registrieren. Also so sieht das Ganze dann am Ende aus und jetzt geht es hier gleich nochmal durch die einzelnen Schritte. Also ihr könnt hier das einzelne Defense Deck sozusagen registrieren. Ihr könnt dann hier auch dann Monster wählen und hier steht es dann auch unten drunter. Wie bereits erwähnt, könnt ihr auch Monster platzieren, die ihr nicht besitzt. Also ihr könnt in die Verteidigung, könnt ihr jedes Monster stellen, was ihr wollt. Ihr gebt dann im nächsten Schritt diesen Monster. Also hier könnt ihr das Deck wählen und hier im nächsten Schritt könnt ihr dann hier unten in Runen-Artefakte-Einstellungen, könnt ihr diesen Monstern eure Runen geben, die allerdings nur temporär eben für diese Test-Szenarien dort drauf sind und die ihr dann sozusagen dort platzieren könnt, um zu testen, okay, wenn das jetzt drauf ist auf den Monster, wie kann ich dagegen am besten spielen. Das ist sehr, sehr cool. Kleiner Wermutstropfen vielleicht. Vielleicht in meiner Erfahrung wäre es vielleicht ganz geil, nicht nur meine Runen zu benutzen, sondern so allgemein dem Monster vielleicht einfach bestimmte Werte geben zu können. Ich würde da gar keine, ich würde da gar nicht so viel mit Runen machen. Ich würde eher gucken persönlich, dass man hier dem Monster einfach, dass man die Werte hier sozusagen hochschrauben kann und sagen, ja, ich denke mal, die Clara wird so auf plus 200 gewesen sein, dass man hier an diesen Werten einfach, dass man die nach oben tarieren kann, ohne dass da, und dann kann man die Runensets auch noch auswählen, aber dass man mit seinen eigenen Runen, finde ich ein bisschen schade, dass es die eigenen Runen sind, weil die können manchmal beim Testen auch das Bild ein wenig, sage ich mal, anders ausgehen lassen, wenn ihr keine guten Runen habt oder keine guten Gewaltrunen habt, könnt ihr auch keine guten Gewalt-Defenses hinstellen, gegen die ihr testet. Aber vielleicht können andere Gedis das dann machen. Das ist so der einzige Wermutstropfen, den ich dabei jetzt so ein bisschen empfinde, jetzt im ersten Moment, aber ist auch so ein bisschen das Einzige. Dann könnt ihr hier die ganzen Runen da draufschmeißen. Hier steht, man kann drei Monster in einem Verteidigungs-Deck aufstellen, wobei die Einstellung mit den aktuellen Runen-Artefakten der Monster beginnt. Es gibt zudem eine Funktion zum Aufrufen von Runen und Artefakten, die auf anderen Monstern eingraviert sind, also ihr könnt ihr wieder hin- und hertauschen. Sobald alle Einstellungen abgeschlossen sind, kehrt man zum Bildschirm der Verteidigungs-Plation zurück und registriert das Verteidigungs-Deck. Hier könnt ihr es dann registrieren, ihr könnt dem Namen ganz noch einen Titel näher geben, möglichst sinnvollen, und weil dieser Name wird dann hier wieder erscheinen. Tipp auf die Schaltfläche Registrieren steht hier dann noch, und es wird ein Bildschirm angezeigt, in dem ihr dann aufgefordert werdet, einen Titel entsprechend auszuwählen. Genau, das hatten wir schon gerade. Also grundlegend drei Schritte, die ihr machen müsst. Monster auswählen, Runen-Artefakte platzieren, und dann registrieren. Wenn ihr es registriert habt, könnt ihr das dann jetzt sozusagen erforschen. Also ihr könnt jetzt diese Defense registrieren, und ihr könnt darüber jetzt kämpfen und selber testen. Also wenn jetzt vielleicht einer eurer Gildis da einen Angriffs-Deck registriert hat, da gibt es auch Begrenzungen, wie viele Angriffs-Decks es maximal sein dürfen, und Gilden-Leader oder Co-Leader können auch Decks wieder löschen. So administrative Funktionalitäten gibt es da natürlich auch, was ziemlich cool ist. Und dann könnt ihr das Ganze hier sozusagen mal versuchen anzugreifen, zu testen, und am Ende des Ganzen könnt ihr das Ergebnis eures Tests wieder teilen mit der Gilde, und dann auch kommentieren. Ich glaube, wie geht es hier weiter? Bei der Durchführung der Kampfforschung könnt ihr die Runen-Artefakte des Monsters auf die gleiche Weise einstellen wie beim Verteidigungs-Deck. Es können, wie erwähnt, auch Monster im Kampf eingesetzt werden, die ihr nicht besitzt. Das ist auch ziemlich cool. Wenn man die Kampfforschung abgeschlossen hat, erscheint auf dem Bildschirm mit dem Kampfergebnis eine Schaltfläche, genau, um den Kommentar abgeben zu können und den Kampf zu teilen. Und so könnt ihr hier sozusagen dann auch das Ganze kommentieren. Hier steht über das Menü, mit Gildetail könnt ihr unter Gildenkampfforschung die Kommentare und Wiederholungen sozusagen hinterlassen. Also das heißt, ihr könnt euch dieses Replay auch selber nochmal anschauen und eben was dasjenige Gildenmitglied dazu geschrieben hat. Ich glaube, das kann für die Strategiefindung ein richtig geiles Tool sein. Also das kann nicht nur in den oberen Gilden, auch in den unteren Gilden für viel mehr Klarheit sorgen, was Belagerungskämpfe angeht. Ich glaube, es ist ein richtig gutes Update gerade. Es ist für viele Denkensätze, wieder keine DNA 5 for Free, aber das ist endlich mal ein gutes Content Update. Auch wenn über Dungeons Rede noch einiges offen ist. Ich werde da demnächst mal ein kleines Video drüber machen, was ich derzeit vom 10-jährigen Jubiläum halte. Aber ja, das ist ein gutes Update. Das ist ein sehr gutes Update, würde ich sagen. Das ist echt wieder ein guter Schritt. Wenn ihr einfach nur einen Kampf spielen wollt, ohne eine Aufzeichnung eurer Kampfforschung zu hinterlassen, solltet ihr bedenken, dass das Tippen auf Beenden dazu führt, dass keine Aufzeichnung hinterlassen wird. Okay, na gut, das ist klar. Okay, genau. Also soweit erstmal. Ich glaube, das ist jetzt viel mehr weit an wichtigen Sachen. Erstmal nicht. Ich würde das sowieso alles mal durchtesten. Aber ihr könnt hier, ich glaube, die weiter unten waren noch. Genau, hier waren noch weitere Details. Das war noch interessant. Eine Gilde kann bis zu 100 Verteidigungsdecks registrieren. Also von den Dingern hier bis zu 100 Stück in einer Gilde. Jedes Verteidigungsdeck kam bis zu 30 Wiedergaben. Also 100 mal 30, also 3000 müssen das dann sein. Von daher habt ihr eine Menge, Menge Möglichkeiten, Wiedergaben dort reinzuschmeißen. Und ich vermute mal auch nicht, dass es so viele Verteidigungsdecks sind. Also pro Season, vielleicht sind das 20 Verteidigungsdecks, die ihr hier reinpacken werdet. Ich sag mal höchstens 30. So, dass man wirklich alles, was man mal gesehen hat, als Verteidigungsdeck hier reinschmeißt. So als Wissensspeicher gefühlt. Und darauf ein bisschen zurückgreifen kann. Und dann gucken, okay, wie haben wir uns, was sind so die Counter, die man dagegen spielen kann. Das ist ja wahrscheinlich, dafür ist es ja so ein bisschen gedacht, vermute ich mal. Hier steht noch, bitte beachtet, dass dieses Limit die Aktivitäten sämtlicher Gildenmitglieder umfasst. Wichtig, also alle. Und die Gildenmitglieder teilen sich also die Anzahl der Wiedergaben und Feedbacks. Also hier bitte nicht rumspammen. Und ich würde das auch grundlegend, wenn ihr in so einer Gilde seid, auch gut organisieren. Eben damit es nicht zu solchen Missverständnissen vielleicht kommt, dass der eine sagt, jetzt haben wir nicht genug Platz. Löscht irgendein anderes Replay, was lange aufgearbeitet wurde von jemandem, der sich da reingesetzt hat. Da sollte man aufpassen. Ich würde das tatsächlich alles über die Gildenleads irgendwie organisieren, dass niemand irgendwelche Replays einfach so löschen kann oder wird. Ihr könnt quasi immer nur eure eigenen, also wenn ihr Gildenmitglied seid, das steht hier glaube ich auch nochmal, das Löschen der registrierenden Verteidigungsgecks kann nur durch die Person selbst, die das Deck registriert hat, passieren. Also es kann nicht passieren, dass jemand anderes das Ding löscht. Aber wenn ihr selber mal versucht, die Decks, die ihr selber registriert habt, zu löschen, solltet ihr das immer gut absprechen, denke ich. Vielleicht hilft es ja doch noch dem einen oder anderen. Aber allgemein Gildenmeister und Vize-Gildenmeister können das natürlich auch machen, löschen und entfernen sozusagen dieser Decks. Was ich mir noch frage ist, was passiert denn, wenn ein Gildenmitglied, was Verteidigungsdecks registriert hat, die Gilde verlässt? Wird das dann auch gelöscht oder einfach nicht? Ja, das würde mich mal interessieren. Das steht jetzt ja aber nicht. Bitte kommuniziert, denn auch wichtig, wichtiger Punkt, generell sehr wichtig in Gilden, bitte kommuniziert mit euren Gildenmitgliedern, um die Verteidigungstecks effektiv zu verwalten. Genau das ist, was ich gerade sagte, dass man da ein großes Auge drauf wirft. Sehr interessant. Das ist erstmal das Big Update hier drin. Wobei ist noch nicht alles. Da kommt noch ein bisschen was hinterher. Hier steht Gildentum. Die Wiedergabe wird verbessert. Es wird ein Kampftest-Wiedergabe-Tab hinzugefügt, über den man sich Wiederholungen im Kampftest separat ansehen kann. Ähm, ich weiß immer noch nicht, ob man jetzt mittlerweile, ich glaube, das ist noch nicht drinne, in den Belagerungskämpfen, was ich immer auch ganz hilfreich fand oder finden würde, äh, bisher nicht so hilfreich fand, war, wenn man hier auf Siege-Battle sieht und wir haben jetzt gegen irgendeine andere Gilde gekämpft, ähm, dass man da nicht irgendwie filtern konnte, ähm, gegen, also nach Mitgliedern. Dass ich beispielsweise Angriffe von diesem Duki mir gerne mal angeguckt hätte, wie der seine Angriffe gemacht hat, dass ich gerne all die Replays mal gesehen hätte. So was, so eine Filterung nach Nutzer würde noch interessant sein. Äh, die gab's, glaube ich, bisher noch nicht. Also man kann das nach Gildenkämpfen oder Belagerungskämpfen filtern, aber nicht nochmal innerhalb dieser Belagerungskämpfe dann, weil wir ja sehr viele Mitglieder haben, bis zu 25 in einem Belagerungskampf. Äh, da will man ja nicht die 25 mal 10 Replays, die 250, sich da alle durchscrollen, sondern möchte da gerne nochmal vorfiltern. Aber das ist hier nicht mit drin, glaube ich, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, genau. Das heißt, wir haben ein neues Schlachtfeld, ähm, als nächsten Punkt. Belagerungskampf Season 16 wird einiges verändern, vermute ich mal. Wir sehen jetzt, das ist das Schlachtfeld. Und ich zoome das mal noch ein bisschen mehr ran, damit ihr das ein bisschen besser seht. Äh, wir haben Veränderungen in diesem, in diesem Schlachtfeld. Für Belagerungskämpfer heißt das, der Turm 7, sag ich jetzt mal. Also hier ist ein Turm, in der Frontline ist ein Turm dazugekommen, jeweils nach oben und nach unten. Das heißt, von den ehemals fünf Frontline-Towern sind es jetzt sieben. Und hier in der Mitte wird es wahrscheinlich, der Vierer-Turm wird wahrscheinlich der Turm sein, um den hier der große Kampf ausbricht, weil der hat übelkrasse, also übelkrasse Verbindungen geführt überall hin. Und von hier aus könnt ihr dann schon so ein bisschen das Kampfgeschehen bestimmen. Und wenn ihr das mal euch durchguckt, wenn wir jetzt mal hier von Gelb aus gucken würden, um halt hier diese blaue, um dem, um dem blauen Spieler herz, so ein bisschen von seiner eigenen Base zu cutten, wäre es für Gelb richtig einfach, hier einfach durchzugehen, indem er die 10, 4 und die 1 cuttet. Das ist schon heftig schnell, wie schnell man dann jemanden von seiner eigenen Base runtercutten kann, weil damit kann man dann einfach hier fünf Tower abschneiden, wenn Gelb jetzt hier einmal so durchrushen würde. Man muss natürlich dabei beachten, natürlich, hier gibt es ja immer Codons dazwischen, man kann ja nicht einfach so durchrennen und der Gegner wird ja auch irgendwie reagieren. Aber das wird das Geschehen im Belagerungskampf nochmal deutlich auf ein anderes Niveau heben, denke ich. Da wird wieder sehr viel getüftelt werden, und ich denke mal, dass dieser Vierer Tower hier einen sehr großen zentralen Bestandteil des gesamten Belagerungskampfspiels machen wird. Ich bin mal sehr gespannt, gerade auch, was die Belagerungskämpfer, die jetzt ja auch in den höheren Bereichen so sind, davon halten. Vielleicht schaffen wir es ja auch demnächst mal, jemanden da mit reinzuholen, wenn die sich damit auseinandergesetzt haben, mal eine Meinung zu bekommen, was die von diesem Update halten. Ich wusste nämlich, der letzte Belagerungskampf, da waren ja die Änderungen, also die letzte Änderung an dieser Map, führte ja dazu, ich zeige euch das mal, das ist das Spiel. Der letzte Belagerungskampfänderung war ja, dass ja hier, hier zwischen diesen Tauern ja noch so eine kleinen Kreuzungen reingebaut worden sind, und das hatte zu sehr viel Unmut bei den Belagerungskampffspielern geführt, war so meine letzte Wahrnehmung. Das hat sich jetzt, jetzt haben wir es ganz anders, jetzt haben wir es ganz anders, und ich bin sehr auf die Meinungen gespannt, der Belagerungskämpfer, was ihr von dieser neuen Map haltet. Gerne auch, wenn einige davon vielleicht hier auf YouTube unterwegs sind, in die Kommentare rein, damit ich bin sehr gespannt. Das hat sich also verändert, das wurde jetzt hier noch mal so ein bisschen beschrieben, also hier wird quasi gesagt, dass eben die Anzahl der Basen, wo sich die Gegner, also die Frontlines quasi, wo sich die Gilden gegenüberstehen, hat sich von 5 auf 7 erhöht, und der Schlüssel liegt halt darin, gut die Frontline zu schützen und gleichzeitig die Basen der gegnerischen Gilden zu besetzen. Na gut, das kennen wir schon alles. Und hier wird auch noch mal geschrieben, mit den 6 Basen, die mit der Frontline und der zentralen Basis verbunden sind, also dieser 4er-Turm, der wird wahrscheinlich so ein zentrales Bestandteil sein, das kann man schon sehen. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird und das letzte inhaltliche Update, was jetzt noch hier in dieser Entwicklernotiz ist, an Content wird ein kleines zeitliches Update sein, der Monsterunterwerfungskampf. Der eine oder andere kennt ihn ja, eine Monsterunterwerfung war das Ding, was quasi hier oben ist, zack, das hier, Monsterunterwerfung, manche verpassen das ständig, ich schließe mich da auch ein, ich finde diese 12-Stunden-Fenster waren viel zu knapp, habe ich nicht immer geschafft, diese 12-Stunden-Fenster, die wir jetzt hatten, werden jetzt auf 24-Stunden-Fenster erhöht. Das ist schon mal ziemlich gut, also da kann man vielleicht mehr von dem Monsterunterwerfungskampf überhaupt mitbekommen und das passt dann vielleicht besser in die Welt eines arbeitenden Menschen auch mit rein, weil ich meine, 12-Stunden-Fenster bedeutet, du musst morgens basically vielleicht vor der Arbeit den ersten Teil der Monsterunterwerfung machen und den zweiten Teil dann basically am Abend, das macht halt keine Sau, also es ist deswegen gute Änderungen, denke ich, an der Stelle und dann war es das auch hier schon wieder mit dieser kleinen Entwicklernotiz, also man kann sagen, Belagerungskampf, Big Belagerungskampf Entwicklernotiz, also wirklich heftiges Belagerungskampf-Update, denke ich, was vor allem das Testen angeht, ist das, was mir am meisten gefallen hat, das Ding hier, diese, da kann sehr viel passieren, sehr viel mehr Strategie reinkommen in das Thema Belagerungskämpfe, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr denkt, was ihr meint, dass ihr vielleicht jetzt, werdet ihr dadurch vielleicht mehr Belagerungskämpfe spielen, euch mehr damit auseinandersetzen, ich denke, das kann echt helfen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wieder gar keinen Bock hattet, dieses Ganze alles durchzulesen, dann Daumen nach oben, für mehr solchen Content, abonniert den Kanal und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann, ciao.